Hallihallo, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Sims 4 Schwarze Witwe Challenge. Es gewartet nach dem letzten Mal, ich ja ein bisschen gereizt war. Ich hoffe, dass jetzt alles besser wird. Was ist mit der Übelkeit? Sie ist krank. Okay. Ups, wow. Was war das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir erstmal hier auf die Toilette gehen und dann würde ich sagen, gehen wir einfach schon mal schlafen. Ich gehe das Ganze jetzt ganz ruhig hier an. Ohne irgendwie zu eskalieren. Also ich versuche es. Ein bisschen mit Musik hier. Wann altert denn die kleine Sophie eigentlich? Äh, nächste Woche. Schade. Ich dachte so in den nächsten zwei Tagen. Wir haben auf jeden Fall hier die Kuhpflanze. Guck mal, die ist sogar schon gewachsen, Stück. Oh, hallo kleine Funzel. Ich hoffe, dir geht's gut. Haben wir Medizin im Inventar? Rein zufällig. Äh, das tue ich mal eben in den Kühlschrank hier. Ist das nicht ein... Warte, das war doch ein leerer Teller letztes Mal, oder? War das nicht so? Die hat doch irgendwie so einen leeren Teller in den Inventar getan. Ja, hat sie. Hat sie wirklich gemacht, die olle Funzel. Also dem Baby geht's gut. Äh, Fiona auch. Alle schlafen, außer das... Ach, jetzt schlafen... Leute, es schlafen mal alle. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. So. Alles gut, dass du jetzt wachst. Finde ich nicht schlimm. Wir sind nämlich mal ausgeschlafen. Mir geht's nämlich nur darum, dass wir ausgeschlafen sind. Und nicht, äh... 500 Jahre hier, ähm... Immer so... Bis Mitte... Bis, äh... 17 Uhr so schlafen, oder sowas. Das ist immer ganz doof. Und dann kannst du eigentlich direkt weiterschlafen. Ja, ne? Ich war zum letzten Mal, da hab ich sie, ähm... Rausgestellt. Sarah kann jetzt Auszeiten verhängen. Sie erhält mehr Informationen, wie ihr Rat die Entwicklung ihres Kindes beeinflusst. Oh, okay. Ja, ich mein, sie ist eher noch ein kleines... Weißt du, sie ist ein Baby. Und wir sind schon, äh, hier auf, ähm, Nummer 4. Also, Level 4 der Erziehungsfäh... Erzieh... Erziehungsfähigkeit heißt das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können ja mal ein bisschen hier, ähm... Können wir mal einen Film ansehen. Ähm... Die ungeschickten Schwestern können wir uns gleich mal angucken. So mitten in der Nacht hier. Ich mein, sie ist eh nicht müde. Danach können wir aber ein kleines Nickerchen machen. Weil danach ist bestimmt wieder so hier oder so. Aber davor muss ich jetzt erstmal hier noch die Toilette putzen. Die nette Dame hier, ne? Ja, das machst du aber schön. Guck mal, sie hat gar keine Lust darauf. So, Licht hier drin ist aus, ne? Ja, natürlich. So, sie ist gelangweilt. Ah, sie muss mal wieder eine Gruppenversammlung machen. Okay. Ah, da. Macht das Spaß? Ja, das macht richtig Spaß. Okay. Aber ich find cool, dass die Filme so Sims 3 mäßig gestaltet sind hier. Das find ich richtig cool. Hallo, Fiona. Guck mal, das macht hier sogar richtig Spaß. Es regnet sogar. Wie schön ist das denn? Schwimmen wir mal ein bisschen hier in der Nacht vorne. Wir wollen ja auch was vom Tag gleich haben, dass wir irgendwas cooles machen können. Das sind nicht wieder hier nur Videos. Hm. Ah, guck mal. Langweiliger Film. Wow. Ich dachte, das ist richtig cool. Ach, doof gelaufen, würde ich nochmal so sagen, ne? Bewundern. Ja, bewundere das dann mal. Hey, du Olle. Guck mal, das können wir hier doch mal, ähm... Ich würde das mal eben gerade schätzen lassen. 300... Das verkaufen wir doch mal. Oder nicht? Warte. Hier. An Sammler verkaufen. Mach mal. So, super. Geil, geiler Scheiß auf jeden Fall. Ist sie geheilt? Kampf gegen die Erkältung. Oh, okay. Ach, guck mal, die Kleine hat, glaube ich, Hunger. Mit Flasche füttern. Dann kannst du sie nochmal hier schaukeln. Die kleine Funzel hier. Hör mal. Hallo? So. Guck mal, sie möchte sogar trinken jetzt mal. Ja, das schmeckt, ne? So viel, das schmeckt doch. Das schmeckt. Das ist doch super. Das Kind war ja eh vor allem ungewollt, ne? Das ist ja das... Lustige. Ist das lustig? Ich weiß es jetzt nicht. Eigentlich ja eher nicht. Müllflüge. Wir können uns aber mal um unsere Pflanzen hier kümmern. Ich meine, wenn wir eh nix... Guck mal, 5 Uhr morgens. Passt doch. Ja, guck mal an hier. Guck mal an, wie süß das ist. Fümpadumpadum. So. Hat ihre Klamotten an. Super gut. Ich finde übrigens voll cool ihr Outfit, so was ich so gemacht habe da. Nicht stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Füllen und Fiona zum Essen rufen können wir auf jeden Fall mal machen. Füllen. So. Jäten. Und... Alles ernten. Aber das dauert ein bisschen, okay. Das dauert ein bisschen. Macht ja nix. Ich freue mich schon, wenn du alterst, du kleine Funds. Obwohl, dann ist die, glaube ich, noch anstrengender, oder? Ich glaube schon. Oh je. Okay. So. Du kannst dich auf jeden Fall freuen. Gleich kriegst du dein Essen hier, du Olle. Du Olle. Ach, ist ja eine Olle. Oh. Erforschen könnten. Können wir auch mal machen, ne? So. Dann. Zicke, 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 zicke. Heu, heu. Valentinstag ist heute. Ach, wir wollen ja heiraten. Wir heiraten heute, Leute. Wir heiraten. Dekorieren, ja. Wir dekorieren. Hm. Hier, ähm, Zäune für Valentinstag dekorieren. Hm, die Zäune werden. Die Zäune werden mit so rosa jetzt auch gemacht. Wir machen überall Herzen hin, Leute. Überall kommen heute Herzen. Außer an diese Dinger hier. Da kommen, ähm, so rosa Lichter dran hier. Hör mal. Ähm. Dachrinnen. Genau. Lichter bitte in. Hier. Hängende Lichter in Rot und Weiß. Ist sie jetzt groß? Ne, schade. Sah so aus. Ähm, Spandrillen. Was sind denn die Spandrillen? Weiß ich auch nicht. Ich mach auch einfach mal so. Ähm. Friese. Boah, was ist das denn? Weiß ich doch nicht mehr, was das alles war. Ach. Na, egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal unsere Kuhpflanze hier erforscht. Bin ich mal gespannt. Dann können wir auch direkt wieder zu der kleinen Funz gehen, weil die schon wieder heult. So. Notizbuch öffnen. Wow. Muss ich das selber machen, ey. Hier Gartenarbeit. Kuhpflanzenbeere. 100... Oh, oh. Diese galaktische Schönheit ist ausgezeichnet als Nahrungsfälle zum Knuddeln und für lebenslange Freundschaften geeignet. Zieh den Neid der Nachbarschaft auf dich. Denk nur dran, sie zufüttern. Ja, das sollten wir wirklich. So. Bin ich mal gespannt. Das haben wir jetzt schon mal rot hier unten. Ja, sehr schön. Ich weiß, was wir verkaufen können. Und zwar das da. So. Ich hoffe, das funktioniert auch alles das andere jetzt hier. Irgendwie. Ah, guck mal, da sind schon die roten. Und jetzt noch die Herzchen. Ja. Und dann möchte ich bitte noch für... Das ist, glaube ich, dann die Frise, ne? Das hier. Bitte sag mir, dass das hier die Frise ist. Wäre sehr toll, wenn das die Frise wäre. Das ist nicht die Frise. Oh. Was ist das denn dann? Das ist dann doch, äh, Spandrille? Sind das die Spandrillen? Muss ja, ne? Oh, anscheinend nicht, ey. So, guck mal, sie macht sogar schon von alleine hier. Aber sie muss die Windel wechseln, weil die wieder vollgekackt hat. Sie hat sich mal wieder vollgekackt. Ist ja nichts Neues. So, dann können wir auch auf Toilette gehen und uns was zu essen schnabulieren hier. Äh, ich würde einfach mal die Nudeln auch mal von gestern nehmen. Die waren eigentlich, glaube ich, ganz geil. Und dann schnell duschen gehen. Genau, schnell duschen. Das ist immer ganz gut. So, äh, Fionas Zeug können wir hier mal wieder weg... Oh, guck mal, wir kriegen immer mehr Geld hier. Was bringt denn am meisten Geld hier? Auto oder Flugzeug? Der ultimative Spielzeugvergleich. Okay, das bringt am meisten Geld. Gut zu wissen. Und mit diesem, meinen Schwangerschafts-Mode, haben wir den Knüller abgeschossen. Da haben wir, wurden wir nominiert für einen Preis, Leute. Für einen Preis wurden wir nominiert. Du darfst dich dabei gerne setzen. Du kannst dich dabei... Sie möchte sich einfach nicht setzen. Könnt ihr auch verstehen. Wir müssten auf jeden Fall heute mit unserem Bruno in den Hasenbau gehen. Da möchte ich dann bitte heiraten. Danach können wir eigentlich hier nochmal Outfit planen und machen schnell. Oder auch jetzt? Von mir auch aus jetzt. So, mal gucken, was für ein Kleid wir bei dieser Hochzeit heute anziehen. Das ist die zweite... Ihre zweite Hochzeit. So, bin ich mal gespannt. Also hier. Hier... Ah, sie hat hier zwei... Ne, das ist hier erstes Hochzeitskleid, ne? Mhm. So, dann ändern wir das hier auf jeden Fall. Wie wäre es denn, wenn wir ein Kleid aus dem Pack Inselleben nehmen? Gibt das schon mal nicht. Okay, aber mit der Farbe... Wir bleiben auf jeden Fall bei der Farbe schwarz, würde ich sagen. Ähm, schwarz. So, dann mal schauen, was es hier so im Angebot gibt. Das hat natürlich auch was, ne? Könnte man auch eigentlich mal machen. Aber jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Bei einer anderen Hochzeit. Ich meine, wir haben noch bestimmt genug... Genug Möglichkeiten, das anzuziehen. Sowas hat natürlich auch was. Und sowas ist natürlich richtig edel, ne? Meint ihr, wir sollen das hier nehmen? Oder halt so richtig Hochzeitsmäßig? Das hat auch was. Aber, hm... Ich weiß nicht. Das sind eher dann so alles so... So nur so schicke Kleider. Ich würde eher dann wirklich so ein... Richtiges Hochzeitskleid hier nehmen. Sollen wir das einfach nehmen? Ein richtiges Hochzeitskleid? Vielleicht könnte noch eine andere Frisur dazu? Gibt's noch eine neue kurze Frisur? Oder eher so mittel... Mittellang? Ja, aber sie färbt sich ja jetzt nicht extra. Guck mal, was ist denn mit, ähm... Hier, so. So ist doch... Oh, so ist ja auch ganz süß, ne? Komm, kriegt sie die Frisur hier für die Hochzeit? Finde ich voll süß, die Frisur. Ja, doch, das finde ich gut. Das gibt einen Daumen nach oben, hör mal. Das gibt ein Däumchen nach oben. Ups, mein Mikrofon macht sich immer selbstständig und flutscht weg. Bin mal gespannt, was der Paolo, ähm... Nicht der Paolo, der Don anzieht bei der Hochzeit. Die jetzt gleich stattfinden wird, Leute. Ich freu mich schon. Ihr hoffentlich auch. Sonst, ähm... Bin ich von euch ein bisschen enttäuscht. Wollte ich nur mal so sagen. Dann mach mal schnell duschen hier eben. Dusch mal. Lalalala... 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 Und dann kannst du direkt hier ein... Gesellschaftliches... Ereignis... Planen. So. Und zwar... Eine... Hochzeit. Ein Brautpaar haben wir. Gäste. So, auf jeden Fall die Katrina, die Eva und die Moira. Die müssen auf jeden Fall zur Hochzeit kommen. Denn Sergio ist, das ist der beste Freund von der lieben Sarah Black hier. Der Sai kann von mir aus auch gerne kommen. Dominik kann auch kommen. Die Kyla, die Candy, die Holly kann von mir aus auch kommen. Ich kann nicht mehr reden. Markus von mir aus. Barco, ja natürlich. Du kannst kommen. Von mir aus kann auch Samurai hier kommen. Der Gavin Richards. Der Geoffrey. Ne, komm. Dann lieber der Justin Delgato hier. Hör mal. So. Das sind unsere Gäste. Ein Caterer. Eigentlich brauchen wir das alles dann schon. Obwohl Musiker würde ich, glaube ich, mal holen. Und einen Mixer könnten wir auch mal holen. Ja. Wähle einen Ort. Der Ort. Wo ist denn der Hasenbau? Hier ist der Hasenbau. So, da wird unsere Hochzeit gefeiert. Mitten in der Stadt. Wir müssen nur noch eben eine Bar aufstellen. Und irgendwie so ein Keyboard oder einfach so ein Klavier. Hör mal. Einfach mal so hinstellen. Wir können ja ein Gerät dafür mal. Man kann nicht bauen, wenn ein gesellschaftliches Ereignis ist. Ich glaube, man kann da nicht bauen. Vielleicht bringt derjenige auch seine eigene Bar mit. Würde ich ja eigentlich gar nicht so schlecht finden. Aber jetzt gibt es eine richtig schöne Hochzeit, Leute. In Folge 30. Die zweite Hochzeit. Wir sind gut dabei, glaube ich. Obwohl, am Anfang haben wir sehr lange gebraucht. Wir brauchten sehr, 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 sehr lange, bis es mal richtig losging. Ja, und bis dann diejenigen auch sterben, muss ja eine Zeit vergehen. Ähm, damit die uns auch schön Geld bringen. Ich weiß ja nicht, was der Don arbeitet. Arbeitet er überhaupt? Wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht von dem Herren. Ich bin sehr froh, dass wir hier bauen können. Ähm, ziehst du bitte das Klett an, was ich dir gegeben habe? Das da. Dankeschön. So, dann würde ich jetzt gerne hier, ähm, einmal eine Bar. Eine Bar, eine Bar, eine Bar. Bar in Bars, genau. Äh, hier einfach so eine, so zum Mitnehmen. Ähm, nee, im Bund jetzt eher nicht. So, hier einfach, ähm. Wo stellen wir die jetzt hin? Hier ist die Toilette. Dann kann die Bayer erst mal hier so hin, ne? So, guck, die Bar kommt jetzt einfach mal hier hin. Wir haben hier, unser Hochzeitsbogen wurde gelöscht, Leute. Das finde ich jetzt aber ein bisschen, ähm, das finde ich ganz schön assi. Den hier oder, ne, ich will den standardmäßigen. D, guck mal, es gibt ja auch neun mit, ähm, Inselleben. Sehr cool. Ähm, ach komm, nehmen wir mit so schön blau hier. Bänke gibt's natürlich auch, eine Bank fehlt hier aber noch. Oder hier soll einfach keine Bank hören, das könnte natürlich auch sein. Und ein Klavier brauchen wir hier auch noch drin. Ähm, wenn ich jetzt nur wüsste, wo die Klaviers, Klaviere, Klaviers. Hier ist der Flügel, der Extravagante. Hier ist der Extravagant. Ich weiß nicht, ich hab nicht richtig gelesen. Hm, der kann ja jetzt erst mal... So würde ich den hier hin machen, ne? Einfach so einen Flügel mal da hinstellen. So. Also, dann kommt doch mal alle hier hin, bitte. Wo ist überhaupt der... Unser Verlobter hat ein Headset. Hm, oh. Hier, begrüß ihn doch schon mal. Ähm, Valentinstag geschenkt geben. Genau. Ähm, wie wär's denn mit... Mit Salbei. So, ne? Mit Sal... Ein bisschen Salbei schenken. Dann können... Ach so, du bist ja schon da. Alles klar. Ja, wir können mal hier so eine Runde erstellen, ne? Hm. Du bist der DJ? Ne, der Gast. DJ, ich glaub auch. Äh, Aktion, eine Runde bilden. Äh, Don, der, der, die, die und die auf jeden Fall. Dann da, da. Ach so. Hm, die sind dabei. Ja, komm, dann kann die auch noch hier dazu. Alle sind in der Runde jetzt drin. Wir haben auf jeden Fall einen Mixer eigentlich. Ne? Ja. So, super. Ähm, zusammen können wir ja alle mal in den Park reingehen. Mir fehlt die Musik, fällt mir gerade auf. Sorry für das ganze Rumgezwitsche jetzt hier. Geswitsche. Geswitsche. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall noch gerne hier eine Musikanlage... hinstellen. Sonst ist mir das hier ein bisschen zu ruhig alles. Wir können ja mal schöne, schöne Popmusik hier erstmal anmachen, ne? So, fürs Kommen danken natürlich alles. Alles eine tiefgründige Unterhaltung. Für Kommen danken natürlich, bei der Meura auch. Für Kommen danken. Und hier natürlich auch für Kommen danken. Das ist natürlich sehr nett von euch allen, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Finde ich sehr freundlich von euch. Oh, warum bist du traurig? Guck mal, die sportlichste Funste auf der Welt. Und wir haben einen Penner neben uns. Ist das nicht... Der hat doch eine Villa. Sogar hier in Windenburg. Was ist mit dem? Oh, guck mal, die beiden werden ein Paar, oder was? Für Kommen danken. Genau. Hier kannst du auch nochmal vom Herzen kommen. Das Kompliment. Ich weiß zwar nicht, wo sie hingeht. Okay. Muss ich alles hoffentlich nicht verstehen. Und einen Pianisten engagieren tun wir auch. So, und hier der Mixer, bitte. So. Sehr gut, wir sind jetzt beide gleich da. Würde ich mal sagen. Was können wir hier machen? Ähm, romantische Stimmung. Blumen geben. Wir können ihm Blumen geben. Ähm. Ach so, dann müssen wir hier extra Blumen haben, oder was? Ja, genau. Ich glaube auch, hör mal. Ähm. Valentinstagstimmung. Konfetti werfen. Genau. Werfen wir mal Konfetti. Ähm. Rumschmusen können sie hier auch mal machen. Und dann würde ich sagen, dass es direkt mit der Hochzeit losgeht hier. Don Lothario heiraten. So, wie schön. Yay. Oh, guck mal, wie schön. Wir haben keine Hochzeitstorte, fällt mir grad auf. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ist halt eine etwas andere Hochzeit. Wo ist denn der Mixer jetzt? Wo ist der? Und der Pianist? Beide nicht da richtige Verarsche. Aber guck mal, wie es hier abgeht. Hör mal. Wenigstens verstehen sich die Gäste auch. Oh. Oh. Irgendwie hat der Leute mit so dunklen Haaren, ne? Eher schwarz. Paolo davor braun. Stopp. Da muss ich jetzt eben hier Dings ausmachen. So. Gehst du bitte weg? Wie schön Können die noch hier irgendwas machen Gerade jetzt hier Hochzeit Gelübde ablegen Ja Gelübde ablegen Die Ringe Verheiratet Ja Sind wir jetzt verheiratet Ja Hallo Ihr müsst alle feiern Hallo Ähm Kannst du nicht so arm So richtig so Voll romantisch Knuddeln Genau So knuddeln Und alles Und hier kommt jetzt Ganz einschalten Wo ist ein romantisch hier Obwohl die sind jetzt Nicht so die Leute Die dann hier direkt so Ein auf romantisch machen Die hören eher Pop Und dann alle zusammen tanzen Yay Warum ist sie nackt Aha Guck mal Yay Die Hochzeit Die ist richtig merkwürdig Aber egal Wir sind jetzt verheiratet Mit dem Don Und natürlich Muss man da direkt Auch zusammen einziehen Oder nicht Oder nicht Hier unser Ehemann Ja Ehegatte 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 Oh guck mal wie sie abgeht La 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 Obwohl warte Wir machen mal Gibt's hier nicht romantisch Ich will das einmal doch Gerade nochmal Wir sehen hier Mal die ganze Runde hier auflösen Und nur mit dir jetzt hier Don Nur wir beide Plus zur Don Komm So Und jetzt einschalten Ganz laut bitte Und dann romantisch Will ich doch mal jetzt haben Können die nicht so zusammen Was ich schön finden werde Wenn man so zusammen So süß tanzen könnte Wisst ihr Schade Schade So mit diesem Bild Verabschiede ich mich jetzt von euch Wünsche euch noch Einen wunderschönen Tag Ich hab grad schwarzen Bildschirmen Ich wundere warum Jetzt noch hier scheiße laber So Bis zum nächsten Mal Bei die Sims 4 Schwarze Witwe Challenge Tschüss